Guten Abend, liebe 40k-Athletinnen und Athletinnen. Hier sind wieder eure Kings of the Hill. Und was ist mit Neutrums? Neutrums, Transgender, alle auch willkommen natürlich. Hier ist euer Ramses von den Kings of the Hill. Ich habe wieder hier die Gang am Start, alle versammelt. Wir wissen, es ist schon wieder ein bisschen her. Und zwar habe ich hier niemals zu null. Micha, ich grüße dich. Hallihallo. Dann habe ich Magnum, die alte Lustfletsche, a.k.a. Lim. Oh yeah, what up? Und die Legende selbst, wir nennen ihn intern jetzt nur noch Belakor. Ich grüße dich, Major. Hallöchen. Ja, Leute, wir sind jetzt wieder zwei Wochen weiter. Wieder beim Kings Talk. Der hat ja sehr viele Anklang gefunden. Viel viel Dank dafür für das ganze Feedback. Echt cool. Wir haben aktuell sehr, sehr viel zu tun. Die meisten von uns turniermäßig, spielemäßig, TTS-mäßig, aber auch mit dem normalen Leben, Job, Steuern. Ihr wisst es, Frauen, sowas wie Kinder haben einige auch hier am Start. Von daher ist es manchmal ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Deswegen machen wir heute mal wieder für euch eine entspannte Runde und schnacken über die aktuellen Geschehnisse, was ist passiert, wo stehen wir. Und ja, ich weiß gar nicht. Direkt den Rage-Modus an für die Dark Angels, ne? Boah. Wollen wir nochmal anfangen? Okay. Aller, aller Schlimmste. Aller, aller Schlimmste. Okay, ihr fragt euch gerade, also das ist eigentlich eine witzige Geschichte, denn ich hatte ja schon relativ früh gesagt, Leute, Dark Angels, was da auf uns zukommt, das hat das Potenzial, Ironhands 2.0 zu werden. Und Major, der hat sich bis dato nicht damit beschäftigt. Heute oder irgendwann in den letzten Tagen hat er es getan. Und seitdem ist sein Wutknopf gedrückt. Erzähl doch mal, was hat dich so... Also Rage-Modus aktiviert, Leute, die darauf keinen Bock haben, fünf Minuten weiterspüren. Also, ich frag mich ja manchmal, ne? Ob die Regelschreiber von GW nicht alle vollgekoks und vollgesoffener stehen und dann die ganzen Regeln machen. Komm mal, der hat so ein Mikro-Ram da. Echt? Ja, bin ich doch. Ich schreie schon fast rein. Alles klar. Ey, aber ich schreie die ganze Wohnung zusammen. Meine Frau guckt schon. Ja, okay. Hör mal, nee, aber das kann doch nicht sein. Ey, du hast fast unzerstörbare Thermis, ja? Die haben jetzt einen transhumanen eingebaut. Die haben minus eins Damage. Die haben Sturmschilder. Die haben Stratagem, wo Orks zum Beispiel nur in der zweiten Reihe nicht mehr zuschlagen können. Heißt das auch Orks schlagen nicht zu, oder? Nein, ja, nur Orks. Nur Orks. Das ist nicht so nur wegen Orks. Und, und, die haben natürlich, die können ja dann Aus of the Moment nehmen und die haben dann noch so ein geiles, so ein geiles Codex-spezifisches. Stubbernde Files. Neues. Möchtest du das kurz mal erklären? Ja, Stubbernde Files suchst du dir in deiner ersten Command Phase einen Marker aus und, ähm, wenn du den Marker hältst mit einer, mit einer Unit consecutive, also wiederholend, äh, von Turn zu Turn, kriegst du immer mehr Punkte. Ähm, wenn der, wenn du ihn zwei Runden in Folge mit einer, mit einem und derselben Unit gehalten hast, kriegst du zwei Punkte, dann kriegst du drei Punkte, vier und fünf oder so ähnlich. Äh, also ich zahle, mach mich nicht dingfest, aber, ähm, wenn man da die eine Unit wegbrät, äh, man hatte zum Beispiel zwei Units auf dem Marker stehen, dann gilt das natürlich auch für die andere Unit. Man scoret zwar nur einmal, aber es ist echt kaum möglich, diese 15 Punkte mit einer etwas langsameren Armee, äh, zu denyen. Also das, das ist unglaublich. Ich hab, äh, da auch gegenspielen müssen, konnte ich nichts gegen machen und dazu vielleicht später noch ein bisschen. Ja, äh, und ich, auf jeden Fall, ich hab da zwei Spiele. Einmal mit Atmech gespielt gegen und dann einmal mit Orcs. Äh, das war, das war, das war, das war nicht mehr lustig. Mit Aus of the moment steht der in der Mitte, da stehen da Zehnteher und ich sage, so, wir stehen jetzt hier, wir machen jetzt gar nichts mit dem ganzen Spiel, in der Mitte ist so ein Charakter, wir, wir bleiben einfach da stehen. Und dann scoren die da 15 voll, dann scoren die da hinten mit dem Dark Angels, oh, ich musste immer noch lachen drüber, mit dem Dark Angels spezifischen, hinten in der eigenen Aufstellung mit Obstack natürlich. Und dann nimmst du am besten noch bei fünf Marker Domination zum Beispiel und mit einem anderen Marker, Domination und noch einen anderen Marker. Vielleicht brauchen wir noch ein Domination T-Shirt. Domination, definitiv. Ja, ey, ohne Scheiß, ne? Und dann komme ich da mit 30 Orc-Boys, ne? Sagen wir mal, da waren so, so, da waren bestimmt zehn Orc-Boys auf diesem blöden Marker. Und dann sagt der Zauberer, ja, weißt du was, du hast keinen Obstack mehr. Ich dachte, ich stehe hier im Wald. Der Gantter, kommt ja von seinem Obstack und sagt zu ihm. Ich dachte, ich stehe hier im Wald, ey, ich dachte mir, was soll ich denn jetzt machen? Den kann ich nicht kaputt schlagen? Der nimmt mir meinen Obstack weg. Der war fast am Wein. Ich glaube, im Greek Hammer hat unser Dark Angel Spieler übrigens zum 20-0 verloren. Ich bin mir ganz sicher. Ich müsste das nochmal checken. Ich weiß auch gerade nicht, wer es gezockt hat. Aber ich meine gegen Atme, ich weiß, ich habe mir das nur so gesagt. Ja, okay, da muss man so sagen. Atme macht halt Mortal Wounds. Genau, die können Mortal Wounds machen, ja. Ja, das ist gar nicht so verkehrt, dass der Gegner dagegen gepickt hat. Ja, also was halt die Dark Angels auch so mega tough macht, ist, die haben halt noch einen Typen dabei, der sagt auf eine Unit, okay, ihr bekommt jetzt minus einen Schaden. Also Death Guard für Arme, so nach dem Motto. Dann haben die immer Transhuman an, das ist Death Guard sehr gut. Transhumane machen die dann an. Und Objekt gesichert halt. Und dann, ja, das sind die ja sowieso. Und wenn du dann einmal Mortal Wounds kassierst, dann guckst du halt ein bisschen dämlich aus der Wäsche. Also da gibt es so ein, zwei Armeen, die da wirklich gute Antworten haben. Sisters gehören nicht dazu. So teils, teils, ne. Ich meine, wenn du halt noch den, die können ja auch gerne den Apo einpacken, dem ja auch den besten Apo im Spiel, der schneller ist, der eine größere Aura hat als die anderen. Einfach mal so für Spaß. Ja. Und ja, das ist schon okay. Aber wenn du natürlich viele Mortal Wounds hast, dann kann das ja selbst. Aber wir haben noch nicht über den Raven Wings geredet. Ja, Moment, Moment. Ich habe ja auch, ich habe auch dagegen gespielt. Ich dachte auch, ich hätte so ein bisschen Mortal Wounds dabei mit meinem Death Guard im Greek Hammer Turnier. Und dann hat der Chaplin, der hat mir eine Aura gemacht, eine 5 plus vieler Pain gegen Mortal Wounds. Und ich so, was? Ja, dann war da auch nicht so viel mit Mortal Wounds. Das hat jeder Marine, ne? Ja, ich weiß, aber wenn du das alles in einen Top schmeißt, bist du da einfach, holy shit. Ja, mir ist auch aufgefallen. Ich habe die ja, hier haben wir die ja einmal anfangs direkt auf den Channel gezeigt, dann nochmal gezockt und hier und da. Und mir ist einfach aufgefallen, tatsächlich, dass diese Armee einfach die Gefahr birgt, ja? Dass jemand, der auch nicht so viel, sage ich mal, Spiel oder so eine starke Spielfähigkeit hat, dass er vielleicht noch am entwickeln ist und so weiter und so fort, mit dieser Armee aber unwissend einfach relativ hohe und sehr gute Ergebnisse einfahren kann. Weil diese Armee aufgrund all der Sachen, die wir gerade schon genannt haben, vom Ding her oder prinzipiell... Haben wir schon Trefferwürfe und Verwundungswürfe wiederholen, hat gesagt. Ne, da kann er vielleicht auch noch... Das ist ja nochmal spezifisch. Aber im Grunde genommen kannst du dir eine Armee aufbauen, die entweder schnell mobil ist, ob ihr gesichert habt. Oder du kannst einfach nur die Terms, ähm, ja, prädominant spielen, die in der Mitte chillen, die anderen chillen auf dem Marker und dann sagt... Und dann wirkst du noch diese Dark Angels, äh, spezifische Sekundärmissionen aus und dann natürlich noch die Marine-Mission mit Oath of Moments. Und dann sagst du so, okay, ich stehe jetzt hier in der Mitte und ich brauche jetzt auch gar nicht irgendwie mit dir hier abhängen. Schau doch erstmal, also ich werde ab jetzt richtig gut pumpen, die nächsten vier Runden oder drei Runden. Schau doch mal, was du dagegen machen kannst. Und der Gegner, der dann schauen muss, der schaut dann auch und merkt auf einmal, ich kann ja gar nicht so viel machen. Weil entweder ist die Einheit zu zähl, ich kriege sie nicht tot oder ich kriege nicht genügend Objekte gesichert drauf, ich kriege es nicht ab. Wenn ich mit denen im Nachkampf gehe und denen mein Erschlag so gut ist, dass ich sie auslösche, ja, wer mit Thermis und Hämmern und Fäusten im Nachkampf bleibt, die dann auch vielleicht noch schießen können oder was auch immer, Treffer und Verwundungswürfe wiederholen, da ist man nicht so gerne mit dem Nachkampf. Und das macht das dann insgesamt schon sehr, sehr wild. Aber ja, Mario, du wolltest es nur mal kurz, das war das Intro heute, ne? Das wolltest du nur mal kurz. Ja, einfach nur mal ein bisschen rumragen im Internet. Ich hatte einen schlechten Montag, wir haben heute wieder Montag, da fühle ich mich direkt besser, wenn ich gleich schlafen gehe. Ach du, das ist ein Scheiß, du hast heute schon in meinem Recamber-Turnier rasiert und du sagst, du hast einen schlechten Montag oder was? Ja, da hast du erstmal die Hunderterbombe gelegt. Aber wir sind ja auch hier eigentlich, um das gleichzeitig vom Warphammer von uns selbst zu berichten und da ging es ja noch gar nicht gegen Dark Angels, sondern dein Spiel war gegen Salamander, Chris. Ja. Und ich glaube, wir haben den Leuten da draußen noch gar nicht die Info gegeben. Ne, ich glaube, wir können das jetzt erstmal schön über Warphammer ein bisschen quatschen. Genau. Und wenn wir dann noch Zeit haben und der Wein reicht, dann können wir ja noch das nächste Zynier reden. Genau. Ne, da reden wir direkt über das nächste Zynier. Seid ihr sicher, dass wir das nicht schon erwähnt haben, wie wir darüber... Ne? Ne, haben wir noch nicht. Nein, wir haben ja letzte Woche... Ne, also wir hatten, ich weiß das noch letztes Mal, dass ich gesagt hab, ähm... Du hast angeteasert, dass du meine Armee gewechselt hast und jetzt kommt das, was du gerne gehabt hättest. Nein, dass ich auch... Genau, gegen meine Armee gehe. Eine schöne Dreadnought-Liste. Mit den Breachern wäre es super gewesen, die hätte ich schön zerflext. Äh, jetzt hab ich gemerkt, auch in zwei Testspielen davor schon, boah, das wird ganz, ganz schwer. Und so ist es auch gekommen, ich hatte da keine Chance gegen. Also egal, was ich gemacht hätte. Meine Armee ist basiert auf Mortal Wounds und, äh, Ignore... Und hat grundsätzlich eigentlich nur die S-1 dabei. Ja, und wenn du gegen Salamander spielst, eine Dreadnought-Liste, die einen 5 auf Hinner Pain dagegen hat, für einen CP und dann Ignore-1, der ist... Ja, das, das, das mag meine Liste. War nicht, war nicht so lustig, gell? Nee, war nicht so lustig. Aber es war okay. Also ich hab, ich hab gesagt, alles klar, ich wechsel die Liste. Jetzt muss ich dazu stehen. Ist in die Hose gegangen. Was du ja tatsächlich für das, äh, für das Greekhammer, ähm... Ja. ...gemacht hast, damit du, damit du mit dieser Liste einfach auch top-solide unterwegs bist. Und, äh, ansonsten, du hast dir ja echt gewünscht, die Destroyer-Liste, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die hätten drei Cyborgs erste Wohne rausgenommen. Gar kein Thema. Hättest du ein bisschen durchgeleckt mit denen. Die erste Truppe hätten drei Cyborgs rausgenommen. Genau. Genau, so nach dem Motto. Hättest du einen neuen Mac-Shop eröffnet. Ja, weil, weil jetzt, wo wir so drüber reden, bin ich mir sicher, ich hab das letzte Mal im Podcast nämlich darüber gesprochen, über Keyline, die Mac-Liste, was ich dagegen tun werde. Aber über das Spiel selber hab ich, glaub ich, noch überhaupt nicht gesprochen. Ähm, genau. Und hatten Micha und ich über unser Spiel gesprochen? Nee, weil, also die, die waren ja noch nicht. Das erste Micha in den Japan auch nicht. Nur was kommt, wirklich. Also wir haben, äh, was kommt. Genau, wir haben, wir haben über die... Jeder hat zwei Spiele zu berichten, genau. Ja, zwei Spiele, ja, so lange ist es her, ey, verrückt. Aber es ist schön, euch wieder zu hören, ey, ist echt krass. Welcome back, Jungs. Ich rede mal von dem nächsten Dreck. Ja, mach mal. Nächstes Spiel ging gegen... Also, sorry, falls das nicht angekommen ist, ähm, du hast verloren, aber wie, wie, hast du einen Score noch im Kopf? Boah, ja. Pima Down. 80 zu 68 oder so. Okay, einmal schon 50, 20 Punkte. War es winnable, meinst du? Nee, gar nicht. Also gar nicht. Sag ich auch, ich hab's ja gesehen live. Ich hab's, also ich hab's auch getestet, zweimal, zwei Leute, der gute Jesse und der Alessandro, die haben einmal die Liste gespielt. Ich hatte zweimal keine Chance. Also, hätte ich vielleicht auf kurzer Kante gespielt, hätte ich vielleicht da noch so ein bisschen die Range ausspielen können. Aber, aber so war eigentlich, war es eigentlich schon ganz klar. Aber der Typ war super cool drauf. Wir hatten trotzdem ein cooles Game. Ja. Mein Gott, gehört dazu, auch mal zu verlieren. Und, äh, wir haben viel gelacht. Äh, ich mit meinem Denglish und er mit seinem Englisch. Das hat zusammen gepasst. Da hat noch eine coole Runde. Das gehört auch schon. Ja, der gehört, der gehört, das gehört auch manchmal dazu, ne? Wir hatten da viel Spaß gehabt, das passt. Ich brauch, ich brauch übrigens, weil ich, weil ich gerade mit deinem Englisch, ne? Ich brauch ein neues T-Shirt, Adrian. Ja. Ich war heute in dem Greek Hammer Spiel von, von Chris, wie er, wie er da gegen Death Guard spielt, den Typen eigentlich auch komplett auseinander nimmt, ne? Und sagt ihm, als der Gegner dann dran ist, so, I give you the turn, bla, bla, bla. Okay, you do, you move, I do coffee. Und dann war er weg, ja? Komplett. Und, und der Gegner so, hello, you there? Nichts passiert, gar nichts. Der Gegner macht so ein paar Messungen, links, rechts. Der Chris kommt wieder, okay, so, you ready? Und, und, und der Gegner, I didn't move with a single model. But why? I say I go coffee. Und ich so, du bist so geil, Major. Okay, steht auf, geht weg, kommt, Gegner, macht dein, macht dein Shit. Ich komm gleich wieder mit deinem Schirm. Ja, aber ich, ich glaub, da könnten wir vielleicht dann mal zum Schluss drüber quatschen über das. Ja, auf jeden Fall. Und der Gegner dachte so, oh Mann, ich hätte jetzt mein Keros essen können. Aber dann, dann hatte ich das nächste Spiel, oder hätte ich gehabt gegen den Frankie. Ähm, Frankie ist auch beim Greg Hammer zu mir dabei, am Start. Genau. Im spanischen Team, ETC-Team. Aber wir beide hatten beide ein Lose. Und wir hatten kurz gequatscht. Und er hat schon mir geschrieben, Digga, möchtest du das unbedingt spielen? Muss das sein? Und er hat auch ganz klar gesagt zu mir, ich muss mich vorbereiten für das Greg Hammer Turnier. Das ist ein Team-Turnier. Und dann hab ich zudem gesagt, ja, ich spiel auch beim Greg Hammer Turnier. Und beide geht's um nichts. Und dann haben wir aber trotzdem gesagt, komm, dann lass uns das einfach, wir beide sagen, okay, es ist ein Draw einfach. Ich hab's auch so weiter der Orga vermittelt. Ähm, weil es ging einfach um nichts mehr. Und dann war das auch okay. Es war jetzt nicht einer, der gesagt hat, ey, Digga, ich hab aber unbedingt, muss ich das Spiel jetzt hier spielen? Weil ich sonst eigentlich nicht spiele jetzt. Meine Frau hat mir extra Zeit gegeben, sondern er hat auch ganz klar gesagt, Digga, es muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich würde die Zeit lieber nutzen zum Trainieren. Ja, Hammer beide gesagt, ja, das ist gut. Und dann hat das auch gepasst, ne. Ja, weil... Man kann dazu noch sagen, der Frankie hat auch eine coole Liste, so ein bisschen wie Marv auch. Der hat so eine Force of Hive-Mind-Mix-Liste, halt ein bisschen indirekten Beschuss da drin. Viele von den Death of, äh, Creek, äh, nee, Death Creek of Corp. Nee, Death Corp of... Death Corp of Creek. Hör auf, hör auf damit, Adrian. Dafür bin ich zuständig. Okay, alles klar. Da hat er, äh, echt so ein paar Pferde gehabt und dann halt noch gemischt mit, ähm, Jeans-Teenern, ganz viele Akkuhüten auch am Start, so ein bisschen. Also sehr, sehr, äh, taktiklastige und starke Liste, so, ich weiß, ne. Wäre bestimmt interessant gewesen, das mal zu sehen. Aber wie Chris gesagt hat, ist es leider nicht dazu gekommen. Ja, aber wie gesagt, also hätte er jetzt gesagt, wäre das einer, der gesagt hätte, ey, Digga, das ist eine einmalige Sache jetzt für mich. Ich würde das gerne spielen, dann hätte ich das auch gespielt. Aber jetzt, wie gesagt, wir wussten ganz schnell, ganz klar, was da jetzt zu tun ist und dann war es auch okay, so, ne. Für uns beide. Also ich, ich finde irgendwie auch, man muss ja auch so Prioritäten setzen irgendwo auch, ne. Und das ist ja, da können wir euch ja auch mal ein bisschen Einblick geben. Zum Beispiel, ich war auch, äh, in dem Team von Micha für dieses Greekhammer-Team-Turnier gemeldet eigentlich anfangs, weil ich auch die Erfahrung mitnehmen wollte. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass, ähm, ja, auch jetzt mit dem Warphammer noch und dann noch andere Sachen, dann ist Arbeit auf einmal doch noch ein bisschen mehr geworden und so. Das ist einfach, man könnte das irgendwie hinbekommen, aber ich hätte dann keinen Spaß mehr gehabt. Das wäre zu viel gewesen. Da ein Meeting, da ein Vorbereitungsspiel hier und so weiter und so fort. Also bin ich sehr, sehr früh dann auch aus dem Turnier gedroppt und habe dann gesagt, nee, äh, sorry, Leute. Äh, natürlich, wenn ich jetzt muss, mache ich, aber wenn ihr jemand anderes noch in petto hättet, dann würde ich gerne abgeben. Und zurück hatten sie einen, also war auch kein böses Blut, kein Thema und bin ich dann halt raus. Und ich sage euch, Leute, ich habe das bis heute nicht bereut, denn zum Beispiel in meinem Leben ist natürlich, äh, im Moment auch so der Channel sehr, sehr, äh, Prio, Prio 1 so mit. Und deswegen, ähm, konnte ich da dann halt einfach auch viel, viel Zeit reinstecken. Ich weiß nicht, wie ihr das aktuell priorisiert. Micha, wie siehst du das? Also bei mir war es ja auch so mit dem Gegner quasi, dass da auch, äh, beim zweiten Spiel kommen wir gleich noch drauf zu. Aber ansonsten gebe ich dir da recht. Also da gibt's, äh, Themen quasi, die im Real Life dann, dann auch immer nochmal den Tacken wichtiger sind. Und wo es im Moment sehr, sehr viel, glaube ich, bei allen auch wird. Also die Stimmung allgemein kocht ja da so ein bisschen über. Und, äh, man kriegt's von allen Ecken und Kanten so ein bisschen mit, dass so langsam wieder andere Normalität reinkommen darf. Homeoffice ehrt sich in zwei Wochen. Boah. Ja. Es, äh, darf wieder anders werden. Und, äh, man darf sich wieder am richtigen Tisch treffen. Genau. Ja, ähm, dann lass uns doch mal direkt eintauchen, Micha, wenn du Bock hast auch, ähm, in die beiden Spiele, die du jetzt, die wir jetzt dann seitdem anscheinend noch nicht, äh, mit unseren liebsten, ähm, Supportern hier und Zuhörern geteilt haben, ne? Genau, also bei mir ging's ja in die Thousand Suns, wo ich mich mal wieder aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt hab, ich hab, weiß nicht, wo der Schaden daherkommen soll, was die Monster da wegmachen soll. Sorry. Und der Rubik-Marine-Border goes brrrrrr. Oh ja. Also dann, äh, die Rubiks haben wir ganz schnell gezeigt. Genau hier kommt der Schadenherr. Also das war... War das denn irgendwie schlecht gewürfelt oder so? Oder war das... Nee, das, das, das war voll okay. Also ich hatte den, einen Dima hatte ich auf die linke Flanke gestellt. Erzähl mal kurz. Genau, ich hatte einen Dima auf die linke Flanke gestellt, wollte da... War so ein bisschen auch triggern, dass es dahin geht, dass der Rest, die anderen fünf großen Monster gebündelt über die Mitte kommen können. Und, ähm, dann durfte der Kollege auch anfangen und hat mir einmal ganz kurz, ähm, gezeigt, dass so ein Dima im Bolterbeschuss irgendwie doch ganz schön schnell down geht. Wie denn? Was war das, was ihn so schnell down gemacht hat? Ja, die 20 Rubiks doppelt schießen, plus one to hit, plus one to wound. Und, ja... Eins wiederholen. Eins wiederholen. Treffen auf zwei mit eins wiederholen. Und... Mh... Puh, ich entschuldige. Aber das, das war okay, also... Oh, ja. Minus zwei, also dass der Braucher nicht mal irgendwie überschnittwürfeln, da kommt einer... Genau, da geht er direkt auf den Retter und dann... Das war aber auch okay. Also dafür hatte ich die, ähm, Rubiks dann ja auch auf die Flanke gebracht quasi. Und es wäre, wäre handelbar gewesen, dass man sie aus dem Spiel rausholt. In der Mitte ist der, also aus dem Spiel raushält großteils, ähm, in der Mitte kam der Lord of Change mit dem, ähm, Leviathan Dreadnought quasi so ein bisschen nach vorne, dass die beiden Feuerwinkel, beziehungsweise der, der Lord of Change zum Smite-Winkel hatte. Er kam auch, also er hatte sich gestellt, dass er mit dem Smite gerade so rankam. Und, äh, hat den Smite auch durchbekommen auf eine Hero-Dule. Und wie viel Schaden macht so ein Smite, wenn er einmal durchkommt? Ja, sieben. Exakt. Schön die sechs gelegt und, äh, für den Exalted Demon hat er sich noch, also er hat er gewürfelt vom Spiel und hat das Plus Eins auf Mortal Wounds bekommen. Ähm, so dass er mir da schön den Hero-Dule schon... gleich sich runtergedrückt hat. Dann bin ich aber mittig nach vorne, wollte den Lord of Change quasi, ähm, schon mal ein bisschen bearbeiten, dass der runtergeht. Der hatte ja den Dreier Retter, also ich musste mich mit dem beschäftigen, ähm, bin mit der Hero-Dule und dem Hive-Tiren dran. Dahinter war der Leviathan Dreadnought so nah dran, dass ich mit dem Hive-Tiren durch Peilen den abbinden konnte, dass er zumindest in den Hive-Tiren schießen muss. dass ich meine anderen Monster, die, die halt stärker sind in dem Match-Up, ähm, besser schützen kann. Der macht, ich hatte Minus One... Achso, das war noch der einzige Zauber, der durchkam, Minus One Two... Minus One Two Hit auf den Leviathan. Ich hatte zwar alle meine Zauber mit neun oder höher durchgebracht, aber sie wurden alle geballt. Das war auch ein bisschen traurig. Das kennen die aber, das muss man... Ja, also der kriegt ja Plus Two und Arivan dann Plus Eins, also klar, es hätten nicht alles Zehn oder Elfen sein müssen, aber... Von daher war der Levi mit Minus Eins, hat Fünf Attacken, wundet danach auf Zweien, meine ich, und ich rette... Oder auf Dreien, und ich rette dann aber einen davon, also im Schnitt bringt er eine Wunde durch meinen Retter und macht mit zwei W3-Schaden den vier Schaden, sodass der Hive-Talent die nächste Runde in dem Levi drin sein sollte. Ähm, stattdessen sind, also die geplanten zwei Wunden sind durchgekommen, ich hab allerdings keinen gerettet, und aus den zwei W... also zweimal zwei W3-Schaden wurden dann elf Schaden. Und dann hat der Lord of Change ihm noch die Kopfnuss gegeben, dass er auch umgefallen ist und der Levi frei war. In der zweiten Runde kamen dann Death Hacks mit einer zwölf, gewürfelten zwölf durch, also 13, also auch unbannbar. Und ja, dann waren die Monster irgendwie ganz schnell weg. Hacks, Hacks, Hacks. Aber das Gute wirklich an dem Spiel, also er hat ja, Lim sagte es ja, glaube ich, er hat die Hinrunde auch mit 3-0 beendet. Und hat auch, ich hab danach nochmal reingeschaut, in sein zweites Spiel auch, weil er hat's wirklich sehr, sehr gut auch gespielt und kontrolliert runtergespielt und gar nichts angebrannt, wusste wirklich, was er tut. Hat das zweite Spiel, glaube ich, auch sehr hoch gewonnen, im Upper-Bracket. Gegen R2-Schneid, glaube ich. Das wirklich Gute... Nee, zwei... Nee, gegen, ich glaube, dein... Nee. Den hab ich nur anders gemacht. Er ist egal. Dein Spaceballs-Ginger. Weiß gerade gar nicht mehr. Das Gute an dem war einfach, dass mich das wirklich so gewurmt hat, dieses mit Nicht-Wissen und Schlecht-Spielen dadurch wirklich den Loss mehr als verdient zu haben, ähm, dass daraus dann, ähm, neuer Content entstehen wird, den wir, ähm... Ich tease das mal kurz an mit Know Your Enemy, ähm, also Kenne Deinen Feind, ähm, aber dazu bringen wir dann am Wochenende wohl ein bisschen mehr. Genau, am Samstag, weil wir schon dabei sind, liebe Zuhörer, am Samstag machen wir einen Livestream und der geht um 21 Uhr los, ähm, das ist so viel, selbst wenn ich spoilern wollen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mehr die Hälfte rauskriegen, also schaltet da auf jeden Fall ein bei uns auf dem YouTube-Kanal, äh, es ist noch einiges, also, ey, am liebsten würde ich die ganze Zeit nur darüber quatschen, aber es geht nicht, Samstag, wir müssen uns alle selber... Wir müssen doch still sein, außer Know Your Enemy. Also, ihr hört das hier quasi am Donnerstag, ja genau, am Donnerstag und Samstag, wie gesagt, schaltet ein, äh, würde uns echt mega freuen. Oh ja. Michael, ich muss sie übrigens beichten, ich glaube, ich habe so eine Know Your Enemy-Folge jetzt selber schon gedreht, einfach so, für ein Warfighter-Spiel mit Nachdenken. Gut! Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall hat mich das mega abgefuckt, meine eigene Dummheit quasi, ähm, hat allerdings dafür gesorgt, dass ich dann mich fürs Recammer-Spiel super, super gut vorbereitet habe und da quasi so meinen ersten Step für dieses neue Format dann letztendlich auch gemacht habe. Und dadurch da sehr, sehr gut gespielt habe da endlich mal wieder. Ähm, das zweite Spiel im Upper Bracket habe ich dann allerdings so richtig bewusst auch einfach, es ging gegen Death Guard. Ähm, hab von Death Guard nur so, so das, was man jeder so mitgekriegt hat, auch mitgekriegt. Hab wirklich so, wollte so eine Blindstudie, weil es ging ja jetzt mit dem Lost eh um nichts mehr. Ähm, wie Chris das quasi gerade auch schon gesagt hat, also geht dann auch um goldene Ananas und coole Erfahrungen mitnehmen gegen gute Spieler und alles. Wollte das aber so als Blindstudie, okay, ich bereite mich jetzt wirklich nicht so auf das Spiel vor, wie jetzt im Team-Turnier-Format, sondern gehe da intuitiv ran, wie manch anderer das vielleicht auch einfach macht. Ich gucke, was der Gegner macht. Gefährliches Halbwissen und ich lasse das einfach mal alles auf mich zukommen. Ähm, ganz bewusst so mit der Einstellung da reingegangen. Mein Gegner kam dann auch mit, ähm, Thermis, 18 Poxwalker, 10 Poxwalker, 10 Nurgle Marines, 10 Nurgle Marines, 5 Nurgle Marines, 10 Nurgle Marines, also den ganzen Kram, den man so kennt, ohne, äh, ohne Morty. Boah, nicht mal, nicht mal die 7 genommen, ey. The Blessed Number. Und, äh, hat dann, ähm, mir im Vorfeld nochmal genau erklärt, wie dieser Blightspawn funktioniert, dieser Charakter, der die 6 Zoll Bubble hat, also dass man nicht als gecharged zählt und dass er einen, ähm, eine Enemy-Unit bestimmt, die Fight Last auch bekommt. Ähm, so dass, wenn mehrere Units, also mehrere Einheiten von, von meinen großen Käfern in ihn reingehen, ähm, ist einer Fight Last und die anderen schlagen dann zwar zu, zählen aber als, als nicht gecharged, das heißt, wenn er beim ersten dann Modelle entfernt, dass die anderen Käfer gar nicht mehr in, äh, Engagement-Grange sind, also nicht mehr 1 Zoll zum Gegner haben, kann ich sie gar nicht mehr aktivieren, weil ich nicht zähle, als hätte ich einen erfolgreichen Charge-Move gemacht. Und er ist vor dir dran. Genau, und supermächtig. Und dann hatte dieser Typ einfach ein riesen Fadenkreuz auf der Stirn. Mhm. Und, ähm, der stand dann, wir hatten die, die Standardaufstellung, sag ich mal, also Aufmarsch, lange Kante. Er hatte drei Blobs im Grunde hinter den Ruinen gebildet, also Mitte, linke Flanke, rechte Flanke. Und in der Mitte stand dann dieser, dieser wichtige Char, der mir das Spiel schwer machen kann, mit 10 Marines, dieser Nahkampf-Seuchendrohne und 18 Poxwalkern. Stand allerdings auf der Flank, auf der Seite, also nicht mittig in dem ganzen Pult drin, sondern von einer Seite, ähm, quasi. Und dann hab ich mir gedacht, okay, ich durfte anfangen, renne ich mal mit einem Dima eine Runde und zauber drauf, dass ich advance in Charge kriege und renne nochmal mit einem Dima und komme dann an diesen Typen ran und an die Marines, die Drohne, ähm, Heroic, noch in mich rein. Ähm, die darf für ein CP 6 Zoll Heroic, diese Nahkampf-Drohnen. Er darf halt vor mir voll zuhauen, ähm, hat aber, ich meine, acht Schaden dem Dima gemacht. Sogar genau so, dass ich noch im guten Profil geblieben bin. Ähm, und dann hab ich einfach mal kurz meine CPs rausgeworfen für, ähm, Wound-Reroll, hab die Drohne, diesen Blight-Spawn und ein paar Marines rausgenommen. Also die Mitte war quasi komplett, der Dima hat noch dann sein Feel-No-Pain auch bekommen und hatte die Mitte dann quasi gecleared und da sagt er, alles klar, wir brauchen das Spiel nicht mehr da spielen. Ähm, ich droppe jetzt aus dem Turnier, das ist jetzt quasi vorbei. War ein bisschen ärgerlich. Sehr, sehr sportlich. Ja, sagte, sagte, ja, die kommen, lass uns die Zeit sparen, ich spiele auch im Greek Hammer und bereite mich da drauf vor. Ja, war halt echt ärgerlich, ne. Wollte man halt noch ein cooles Spiel mitnehmen. Ich hätte gerne was Schönes über die DevGuard dann auch mitgenommen aus dem Spiel. Ähm. Und da muss man einfach auch sagen, also wir stehen ja auch vor allem oder setzen uns für ein modernes und sehr, sehr sportliches und auch von, man sagt so schön, Sportsmanship geprägtes 40K, vor allem im deutschsprachigen Raum in Zukunft auch ein. Und da sagen wir immer eigentlich, Leute, ähm, versucht die Spiele immer durchzuspielen, ja. Also natürlich, wenn jetzt der Gegner nur noch ein Modell hat und nichts mehr machen kann, dann macht es auch Sinn, das auszudiskutieren. Dann kann man es aber durchspielen. Aber solange noch, genau, solange noch genügend Einheiten da sind und so, nur weil ihr einen Fehler gemacht habt oder so, nehmt den Gegner nicht die Erfahrung. Denn, ähm, das gehört zu einem Gentleman einfach auch dazu. Spielt die Spiele aus und nehmt beide noch was mit aus dem Spiel. Das ist etwas, was wir, ja, propagieren. Ja, in dem Fall dann genau entsprechend das Worst-Case-Beispiel und sehr schade letztendlich auch. Ähm, hab dann auch hier noch mit Lim und Fred dann auch quasi gesprochen. Schönen Gruß an der Stelle, ähm, wie ich das Ergebnis überhaupt eintragen soll. Hallo Fred! Hallo! Und, äh, so, aus dem Konzept. Jawoll! Eintrat vom Ergebnis, aber. Ja, genau. Und vom Greekhammer dann halt, ähm, da auch, da spiele ich die Harlequine ja wieder und hab die jetzt auch, nachdem ich echt lange Zeit satt war, richtig Bock wieder an den gefunden. Und ganz lustig, weil ich switch ja jetzt die ganze, quasi die ganze Zeit zwischen Harleys und Tyras hin und her. Und mein drittes Spiel jetzt kommt gegen Harlequine mit den Tyraniden. Da können wir mal kurz auf den Tisch bringen, wer das, äh, dann letztendlich bei den beiden die Nase vorne hat. Und ich werde mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich weiß nicht, wo der Schaden herkommt oder Sonstiges. Von daher lasse ich das Spiel so auf mich zukommen, weil das war auch ganz lustig bei den Parfindern. Schönen Gruß an der Stelle noch. Da haben wir auch die Liga noch gespielt. Da kam dann in den Spielen noch so, ach, ich weiß gar nicht, wo der Schaden hergekommen ist. Und solche Geschichten, das kommt immer als nettes Echo zurück. Aber wer austeilt, muss man auch reinstecken können. Ich finde die Liste vom Louis da, ich finde die echt cool, ne? Da muss man auch mal sagen, verdient so hat ein geiles Konzept da, spielt das einfach gut, weiß alles, zieht das auch durch auch und so. Da sieht man auch einfach mal wieder, lasst euch nicht von irgendwelchen Sachen blenden. Wenn ihr da ein cooles Konzept habt, das ihr vor allen Dingen einfach richtig auf der Kette habt, habt ihr damit alle Chancen eigentlich, ne? Ja, darum. Wenn man seine Armee kennt und dann noch den Gegner kennt, dann kann man viel richtig machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt einer der Favoriten sogar ist, tatsächlich. Wer? Diese Thousand Suns Seen-Schlüsse. Ja, also der steht auf jeden Fall recht weit oben. Ich weiß gar nicht, gegen wen der ran muss jetzt im Finale. Ich weiß ja auch nicht, aber... Also im Finale, also drittes Spiel der Upper Playoffs. Genau, so heißt es, ja. Ja, okay. Dann haben wir da die beiden Games. Adrianko, aka Mr. Pyramidenverleih himself. Wie lief es bei dir? Pharao der Lust. Der Pharao der Lust, weil du hattest auch in der Warp-Show ein 5149 angekündigt gehabt, gegen Marth, den Death Corp of Creek Rider. Nee, da habe ich mich hinten gesehen. Da habe ich mich hinten gesehen. Hast du mich hinten gesehen? Ach, Space Wolves, ne? Genau. Ah, okay, sorry. Falsche Woche. Okay, gegen Marth. Death Corp of Creek plus Tyraniden, weil er die Liste, er ist auch in meinem Greekhammer-Team, weil er die Liste dort auch trainiert. Er hat sie vorher mit Adaptus Mechanicus gespielt, mit Pferdchen in der Vorrunde. Da durfte Chris schon gegenspielen. Fand er auch nicht so lustig. Super Spaß gemacht. Genau. Und hat seine Liste geändert mit einer Exocrine, ein paar Hiveguards am Start, zweimal fünf, glaube ich. Und noch ein bisschen GSC ist auch noch dabei. Sehr, sehr tricky. Genau. Und ich weiß aus Hintergrundinformationen, du hast auch ein Video für unsere Zuschauer vorbereitet. Ich sage die ganze Zeit, das Ding muss raus. Das ist geil. Ich habe es mir zweimal angeguckt. Erklär mal so ein bisschen. Einmal zu dem Video, so einen kleinen, kleinen Teaser. Und dann, wie liefen denn deine Games? Ach so, jetzt zu dem Video war das einfach mal, jetzt, da hatte ich dann die Zeit und die Muße. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt sowieso gerade für mich. Wieso nicht auch mal teilen? Weil ja auch das kompetitive Spiel bei uns ja definitiv im Fokus steht. Ja, da habe ich das mal so ein bisschen seziert. Wenn ich jetzt quasi nicht eins zu eins Genetisse trainieren kann, ich mehr nur Theorie und Gehirnschmalz reinpacke, wie bereite ich mich vor? Es geht genauso in diese Richtung, wie Micha auch so sagt. Nicht die Liste angucken, die einfach mal selber in Battlescribe eintickern. Mal überlegen, was hat der Gegner vielleicht für Gedanken dahinter? Was sind so die einzelnen, quasi Aufgaben der einzelnen Detachments auch? Was für Sekundärmissionen würde er vielleicht nehmen? Und natürlich dann mit diesem Wissen, sich selber einen Plan zu schmieden, wie man dieses Spiel gewinnen kann. Egal, wie hoch die Chancen in Anführungsstrichen auf dem Papier gegen einen sind. Das ist so vielleicht der Teaser. Mega. Also wir müssen das auch echt schnell raushauen, damit es noch brandaktuell zum Warpammer passt. Ja, ist ja gut. Dann müssen wir es wahrscheinlich nächste Woche zwischenschieben. Wir müssen doch eh nachts irgendwas veröffentlichen. Wir müssen nachts was. Das ist doch nicht gut für den Albo, Mann. Okay. Aber wir müssen ja die Fans, wir brauchen einen Entscheid durch Schiedsspruch, durch Nacht-Content. Ja, aber man darf sich auch nicht alles vorschreiben lassen. Ja, das stimmt. Man darf sich auch nicht alles vorschreiben lassen. Wir sind immer noch die Kings of the fucking Hill. Okay, kommen wir zu deinem Game. Wie lief's? Ja, man muss tatsächlich sagen, also, ähm, der Pairing-God insgesamt war, war diesen Turnier, ähm, man kann das zweischneidig sehen. Der war vielleicht nicht auf meiner Seite und der war auf meiner Seite. Größe gehen raus und zweischneidig. Nein. Genau. Stimmt. Jetzt hab ich ihn erst verstanden. Ähm, er war auf meiner Seite, indem er sagt, weißt du was, Ramses, du brauchst jetzt, äh, du sollst als Spieler wachsen. Wir wollen dich auch mit der Death Watch gegen viele Wasser auch erwaschen. Das heißt, du brauchst besonders knackige Match-Ups, um da halt einfach auch unter extremen Situationen zu gucken, wie du performst und wo du dein Spiel verbessern kannst. Und er war vielleicht nicht so auf meiner Seite. Man hat gerne, sag ich mal auch, vor allem wenn man ein Turnier spielt, das halt mehrere Spiele hat. Eigentlich händelt man sowas ja auch zum Teil mal in zwei Tagen ab. Live an der Platte. Ähm, dass man da auch zwischendurch oder vielleicht am Anfang auch mal Gegner hat, die einem so ein bisschen unterlegen sind. Und das kann, also ich seh das manchmal dann auch so, dass ich sage, okay, wenn man das jetzt gewinnt, gibt dann das schon Motivation, Energie und man kriegt dann schon mal so ein bisschen Selbstvertrauen oder breite Brust. Nichtsdestotrotz kennt ihr ja den Weg, wie ich mit einem Sieg in die Upper Playoffs noch gekommen bin. Das war ja dennoch ereignisreich und spannend. Und dann habe ich, als erstes habe ich Marv, ähm, ja, vor, vor die Flinte bekommen quasi. Das ist in meines, meines Erachtens ein, ja, das, wie alt ist der? Ich glaube, Mitte, Mitte 20, Anfang Mitte 20. so tolles Gesicht, so für die auch neue Generation an kompetitiven Spielern im deutschsprachigen Raum, finde ich sehr gut. Sehr, sehr affin auch, gute kognitive Fähigkeiten am PC, äh, auch sehr, sehr, glaube ich, ähm, so bedacht, so was so, man nennt es auch dieses Micromanaging, ne, also genau wie welche Einheit mit welcher agiert und die auch so platzieren und genau abmessen und hast du nicht gesehen, also fand ich sehr, sehr beeindruckend. Der hat halt diese Liste gespielt, wie, ähm, ja, wie Lim gerade ein bisschen beschrieben hat, zweimal indirektes Feuer durch Hiveguard, eine Exoquine, ähm, das war so ein entspanntes Kronos-Detachment, genau, Kronos, ne, doch, Kronos kann doppelt schießen, ne? Ja, ne, alle können doppelt schießen, aber Kronos macht das. Einen sie wieder holen, ne, okay, dann hatte er GSC dabei, da hatte er auch nur das, was du brauchst, einen Segentrupp zum Wegwerfen, Akkolyten und zweimal quasi, ja, wie sagt man das, Guardians, Blue Brothers, Neophyten, die halt Obsekt gesichert haben, die können halt bis auf drei, zwei Rand schocken, äh, Rand schocken, wenn es gebraucht wird und dann meines Erachtens das zweite Fleisch der Liste neben dem Beschuss ist einfach die, die das sogenannte Heavy Lifting machen, Death Corp of Creek, da hat er insgesamt 90 Lebenspunkte an Pferden und zwar in Deathrider, in Deathrider Command Squad Riders, in Deathrider Commander auf HQ mit fünf Leben, die haben halt alle wieder schon vier, drei Leben, fünf war viel no pain und können halt mittlerweile, das ist relativ neu, per Befehl einfach sich auch doppelt bewegen. Umfassbar stark, super Screen, super, äh, Entgelt, also an allen Fronten kämpfen für Sekundärmissionen, super Markerklauen, wenn du kein Objekt gesichert hast und so weiter und so fort und, ja, das war für mich so ein bisschen, ähm, ein Bergausspiel, sag ich mal. Den Plan, den ich mir so zurechtgelegt habe, war über die Primärmission tatsächlich zu gewinnen. Ich hab auch, äh, ja, gut voraussehen können, was er nimmt und habe ihn richtig niedrig auf den, äh, Primärmissionen, glaub ich, niedrig gehalten, ähm, ja, also Wahnsinn, ich glaube, er hat da 25 Punkte noch gemacht oder 20, die Kehrseite der Medaille hat mich auch niedrig gehalten, das heißt, ich hab auch nur 25, da haben wir beide wirklich, äh, ähm, ja, äh, niedrig gemacht und am Ende des Tages hat er das Spiel, er ist als Zweiter gegangenen, in der letzten Runde gewonnen, weil er da gesagt hat, nach den Neuerungen, ich, ähm, score nicht zu Beginn meiner Runde, sondern am Ende und ich hatte zu wenig Objekt gesichert auf hinteren Markern und so weiter und so fort und dann konnte er quasi noch mit zwei Commandern einen Marker übernehmen und konnte da eine 15, ne, eine 10-Punkte-Runde machen und das Spiel mit 4 Punkten gewinnen. Also es war super, super spannend. Also eine Sache muss ich noch erwähnen, er hat noch so zweimal so Gasbomben-Trupps, die halt per Strutter-Gem jeder, äh, maximal ein Trupp per Runde, ja, ohne Blast, äh, 35 Granaten werfen, ansonsten mit Blast, bis zu 30, äh, 10 mal 6, 60 Granaten, die immer auf die zwei verwunden, minus 2 1 Damage, also auch mächtig. Ähm, genau, er hat das so knapp gewonnen und da kann man ganz kurz sagen, warum hab ich verloren? Es waren zwei, ja, vielleicht unoffensichtliche Dinge, ich hab auch nochmal drüber gesprochen, das erste war tatsächlich meines Erachtens in dem Spiel so, wie ich es gespielt habe, ich habe einmal hinten einen Infiltratoren-Trupp, ähm, nicht geschützt, obwohl ich CP hatte. Er wollte mit der Hive Guard drauf schießen und ich dachte mir, ja gut, die überleben das und ich werfe bestimmt eine 5, die ich dann dann bräuchte, aber nein, ähm, er hat alle direkt abgeräumt und dann hatte ich halt nichts auf Marker und dann konnte er später damit den Marker übernehmen, weil ich kein Objekt gesichert mehr hatte, anstatt dass ich zwei CP ausgebe, minus 1 to hit für, äh, Smokescreen und halt Transhumane auf die vier verwunden, da überlebt dieser Trupp selbst mit Doppelschießen, kann er das auf jeden Fall überleben. Es sei denn natürlich jemand, würfelt super heiß, also kann alles passieren, aber das war sehr, sehr wichtig und von meiner generellen Spielausrichtung, da ich ja mich auf die Death Watch quasi in eine Fraktionsmeisterung so ein bisschen begebe, auf diesen Weg, ähm, was auch mit Nahkampf einhergeht, habe ich einfach in diesem Spiel, ähm, das, ja, sogenannte Einfangen von Einheiten im Nahkampf einfach irgendwie vergessen oder einfach nicht gemacht. Ich verstehe auch nicht, warum. ich war irgendwie so auf so viele andere Dinge, äh, konzentriert und die Möglichkeit war mehr als da, weil er ja, er musste mit diesen Pferden, mit diesen kleinen Pferdetrupps nach vorne. Also du meinst, äh, für die Leute da draußen das sogenannte Tri-Pointen, wenn man quasi mit drei Punkten an einer gegnerischen Figur, äh, sie darin hindert, aus einem Nahkampf, ähm, zurückzufallen, weil ich glaube, unser, unser Assault-Video ist noch nicht draußen, unsere Nahkampf-Phase-Video, ähm, da, glaube ich, ist es auch in den Tipps und Tricks dabei, Tri-Pointen auf jeden Fall, damit ihr wisst, äh, was Adrian meint mit, ähm, Leute im Nahkampf einfangen, also die können sich da nicht bewegen, müssen einen Strategien benutzen, Desperate Breakout, nennt sich das, und ja, genau, sorry. Nee, das ist ja genau richtig, ähm, das ist es im Grunde genommen, bei Target Priority nennen die es oft Abknipsen, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, also da gibt es so verschiedene Begriffe, das war ja auch eine, wie soll ich sagen, eine Methodik, die war in der achten, ähm, Edition Usus-Knaxus, also sie war wirklich gang und gäbe, und die wurde so ein bisschen entschärft in der neunten, weil es halt eine Gefechtsoption gibt, die man einsetzen kann, und man kann trotzdem aus dem Nahkampf rausgehen. Es ist aber so, dass es ja dennoch nicht weniger... Auch durch die Kohärenz, ne, das ist ja... Genau. Und es ist ja dennoch, ähm, nicht schwächer geworden, und ich hatte auch die Möglichkeit, quasi auch mal zwei Pferdetrupps oder so, zu Tri-Pointen, das bedeutet, dass er hätte, er hätte es mit einem Trupp machen können, rausgehen können, hätte CP gekostet, hätte mir sehr viel geholfen auch, und die andere Einheit wäre nach wie vor im Nachkampf geblieben, sind relativ harmlos, wenn man sie angreift, wenn sie nicht angreifen dürfen, weil die dann mehr Stärke bekommen, und ich hätte sie in seiner Runde getötet, Meta gemacht, und meine Einheit wäre einfach vor Beschuss geschützt gewesen, in diesem Fall. Und, ja, das war auch noch so einer der beiden Hauptpunkte, und nichtsdestotrotz, war es ein richtig, richtig geiles Game, ich kann jedem empfehlen, mal gegen Mav zu spielen, wenn er die Zeit findet und das macht, äh, super Typ, da hast, da, das war für mich, trotz TTS, so ein Spiel, wo ich sage, wisst ihr was, Leute, deswegen spiele ich auch 40k, genau, was ich spiele. Dann ging es weiter, dachte ich mir, okay, schade, ich bin als Pferd für die Kings of the Hill auf den Sieg für das Turnier raus, ist aber vollkommen okay, und dann ging es gegen Jan Erpunkt, auch bekannt als Anomanda Rake, ich kannte ihn vorher nicht, und dachte mir so, okay, alles klar, ja, gut, das Spiels Baseball, so ein bisschen hier Logan Grimner auf dem Schlitten, irgendwie, was hatte er da noch, ein paar, zweimal so Wolfsgarne mit Clown, Triple Redemptor, Triple Redemptor, genau, ein bisschen Encursor, so irgendwie nix so, Attack-Bites mit Multimeltern. Genau, viermal Attack-Bites mit Multimeltern, so alles so ganz nice, so ein Zauberer, der auch Nullzone hat, und dieses Rides of Battle, also Obsekt geben, und noch einen kleinen Smash-Captain, fand ich alles so, fand ich cool, und dachte mir so, ja, aber das kann ich schlagen, kann man machen, so, ich kannte ihn auch nicht, dachte, okay, vielleicht ein bekannter Spieler, vielleicht jetzt mal so, habe ich da ein bisschen Oberwasser, dann ist ein bisschen Zeit vergangen, und weil andere Sachen waren, und ich habe mich mit dem Spiel auseinandergesetzt, auf einmal merke ich, der Typ, ey, irgendwie in UK, Einladungsturniere gewonnen, und das, und der ist auf so vielen Turnieren vertreten, 20 Jahre schon im Game, super Erfahrung, bei Breaking Air zum Podcast, so gerade für Space Force und so, und ich dachte mir, ah, was habe ich mir da wieder für ein Ei gelegt, und, naja, aber dann konnte ich mich auch nicht darauf vorbereiten, in der Woche, wir haben es fast auch wie beim Major nicht geschafft zu spielen, und dann haben wir doch noch einen, einen Zeitpunkt gefunden, Freitagabend, er ist auch öfter vom Server geflogen, und so, das war schon sehr, also haben wir da vier, fünf Stunden gezockt, und das Spiel war aber, ja, war echt super angenehm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das war, also, er hat das sehr defensiv gespielt, ich habe eine Sache ausprobiert, ich habe mal diese Death Watch Secondary genommen, The Long Vigil, wo er halt nahe zu meiner Zone kommen muss, zu meiner Ausstellungszone, damit ich es nicht bekomme, und, ja, das hätte auch gut klappen können, aber er hat es einfach zu oft geschafft, mich auch zum Teil anzugreifen, und noch mit extra Pile-Ins, was ja die Space Force einfach haben, nahe genug an meine Zone ranzukommen, sodass ich es nur einmal für fünf Punkte scoren konnte, und, ja, da so ist es am Ende des Tages, war das ein Fehler, in der Sekundärmission, hätte ich einfach an allen Fronten bleiben müssen, da wären so neun bis zehn Punkte drin gewesen, und die andere Sache war, dass ich meinen Thermi-Trupp wieder schön in die Mitte bekommen habe, der hat da so ein bisschen gewirkt, aber als Logan angegriffen hat, hat er zum Beispiel eine Vanguard-Einheit von mir angegriffen, und konnte auch noch über so eine Ecke, das habe ich leider nicht sauber genug gemacht, auch noch in meinen Thermi-Trupp reingehen, und so hat der Thermi-Trupp Logan einen Smash-Captain und einen Redemptor abbekommen, und so waren von dem Trupp, also ein gemisstisches Thermi-Trupp-Team, war nur noch der Sarge mit dem Fünf-Schaden-Hammer-Willem übrig, und der Black Shield, und das war dann so ein bisschen leider zu wenig, weil die müssten so zwei Runden überleben, damit die nochmal alles da zerhacken, Genau, und das hat mich dann am Ende das Spiel gekostet, und tatsächlich wiederum vier Punkte. Ärgerlich, sauknappe Geschichte. Ja, auf jeden Fall, also man muss halt einfach sagen, die Jungs, die ich gespielt habe, die spielen aktuell so ein bisschen mehr als ich, die sind einfach näher so dran, und was ich aber cool fand, ist, die hatten auf jeden Fall, man muss ja auch mal sehen, ich komme hier mit der Deathroth, das ist jetzt nicht irgendwie hier S-Tier-Einstufung und so, aber die bocken mich unheimlich hart an, und die hatten zum Teil, haben sie auch gesagt, puh, erst dachten sie, okay, machen wir locker weg, Runde 1, 2 und so, auf einmal haben sie aber gesehen, was da passiert, dies, das, knick, knack, wiederholen und beam, und da kommt der Cyber, und da hatten sie richtig auch so ein Teil Köttel in der Hose, und das war geil, einfach auch zu sehen, und ich fühle mich auch immer, das hatte ich auch erzählt, ich fühle mich gerade an so einem Punkt mit der Deathroth, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt relativ viel auch Niederlagen eingesteckt, aber geile Niederlagen, und das war damals auch so mit den Sisters, ich hatte sie nicht begriffen, nicht hinbekommen, und irgendwann, wenn man aber immer weitermacht, koppert an so einem Punkt, wo man denkt so, okay, jetzt macht es so ein bisschen Klick, jetzt bin ich so bei dem Berg rüber, und jetzt fühle ich mich sicherer, mit Nahkampf, mit Einfahrt, mit, jetzt habe ich auch keine, oder weniger Probleme, im richtigen Zeitpunkt, all in zu gehen, alles dem Gegner vor das Gesicht zu stellen, sodass er sich konzentrieren muss, worauf er geht und so, und da freue ich mich einfach unheimlich, dabei zu bleiben, und auf die nächsten Spiele zu gehen, und das war, ja, das waren meine beiden Matches, genau. Yes, last but not least, Spoiler, das Beste zum Schluss, ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber es ist auf jeden Fall das einzige Pferd, was, und, was noch aktuell die Fahne hochhält, so viel verrate ich euch schon mal, das erste Spiel, habe ich ja auch schon im letzten Podcast angerissen, gegen Kelon, super, super netter Spieler, Grüße gehen raus, genau, es ging gegen seine MAC-Liste Elder, es ist so ein bisschen das eingetroffen, was ich auch im letzten Podcast gesagt habe, wenn er anfängt, er wird brachialen Schaden anbringen, von dem es sehr, sehr schwer wird, dass ich mich erhole, er hat redeployed, Stratagems, ich will nicht sagen, die Map war, war uncool, aber sie war schon halb Tatooine, also, wir haben selber nach dem Spiel so drüber geredet, so, wo hätte ich meine Fahrzeuge hinstellen können, ja, nirgends, ja, ist tatsächlich so, macht aber auch Sinn, wenn er schon diese Redeploys hat, er hat einen Flieger am Start, er hat diese Spectre am Start, die machen, boah, die machen brachialen Schaden, und es kam so, wie es kommen musste, er hat First Turn, und schießt mir so drei, vier, fünfhundert Punkte raus, und ich so, na toll, ähm, was er nicht bedacht hat, ist, äh, ich hab Mortifier, und den Mortifier, den hat er so, den hat er auch angeschossen, also, was ist gegangen, erste Runde, ein Rhino, zweimal fünf Repentias, da hat eine Repentia in der Ruine noch überlebt, konnte keine Line of Sight draufziehen, die ist dann schnell auf den Marker gehopst, hab ich ein Miracle-Dice gegeben, für Moralwelt bestehen, und so, aber, ähm, da ist schon einiges dann gefallen, das war echt ärgerlich, und, ähm, bin dann mit dem Mortifier, der noch zwei Leben hatte, nach vorne advanced, in die, ähm, Shadow Spectre rein, die haben sogar Abwehrfolge gegeben, er hat es trotzdem überbelebt, ist da rein, also, er hätte es total leicht countern können, ich weiß nicht, ähm, entweder war er zu gierig, oder nicht auf dem Schirm gehabt, oder ich, ich weiß es nicht, ähm, er hätte Fire und Faden können, damit sie sieben Zoll noch weiter weg sind, dann wäre er wahrscheinlich safe gewesen, also bin ich da volle Karacho rein, 15 Attacken, dies, das, vier Stück haben überlebt, er schlägt zurück, ich hab noch ein Leben, ich dachte mir, nee, wenn diese kleinen Fliegeviecher mit ihren wahnsinnig vielen Schuss und Schnelligkeit auf der Platte bleiben, dann werde ich später raus mehr Probleme haben, also investiere ich noch mal drei CP für Fire 20. War dann irgendwie auf einem CP oder so nach Runde eins, ähm, und hab den Trupp dann aufgemischt, genau, und ab da konnte ich mich so langsam erholen, das war zwar trotzdem echt brachial, Runde zwei hab ich eine Reserve reingebracht, die, glaube ich, nicht so viel gemacht hat, sondern so ein, ja, Seraphim Meltatruf hat ein bisschen rumgerödelt, ähm, ja, hab aber trotzdem noch mal auf meine Reserven verzichtet, ähm, und Runde drei kamen dann meine Reserven rein, ähm, schießen relativ viel weg, und dann wurde ich gierig und hab was total Dummes gemacht, er hatte einen Rave Lord, oder Rave Seer, das ist der Forge World Rave Lord, der Psyker, den hat er auf der ganz linken Flanke sehr, sehr nah bei mir gehabt, und ich dachte, oh, der muss weg, ne, und dann hat der Typ aber einfach überlebt und ich hab da richtig viel reingerödelt, aber direkt vor dem Typen war sein Farsier und sein Warlock und die hätte ich einfach beide erschießen sollen, weil ich kam rein, einmal mit fünf Seraphim, ach genau, die Sephirim sind vorher reingekommen, also die Seraphim mit den Meldepistolen sind reingekommen, haben erstmal so eine Hornet weggeschossen, damit ich mehr Platz hab, um die nächste Reserve reinzubekommen, weil die Abfolge ist, Seraphim kommt rein, ich zünde einen Stratidjam, darf direkt schießen, danach kommt die nächste Reserve rein, das war auch wichtig, sonst hätte er seinen Ausbex-Scan gemacht und somit kamen dann meine Retribute rein und ich dachte so, ja geil, Hornet ist weg, da steht jetzt, ja, Farsier, Warlock, aber dahinter noch der, der Rave ist hier, der muss weg, ich hab irgendwie rotes Tuch, auf die Support Cannons dahinter kam ich nicht ran und ich rödel echt alles rein, mit Sherabs alles, gib ihm, er fällt nicht um, hat noch irgendwie drei Leben oder so, irgendwas schief gelaufen, ich voll enttäuscht und er ist dran, fliegt mit dem Warlock und dem Rave-Seer direkt neben meine Retributoren, stellt sich in ein Dreieck rein, bei dem dann ein Battle-Sister-Trupp, ein Retributor-Trupp und ein Seraphim-Trupp von beiden Charakteren gleich weit weg ist und smitet alle 15 weg. Mit Executioner, mit Smite, mit noch irgendeinem anderen Spell und den Rest dann einfach im Nahkampf und ich saß da so, so blöd kann ich da jetzt nicht gewesen sein, der hat die jetzt alle weggemacht, das wird jetzt hart. Also was haben wir gemacht, wir haben der Käthe die Adidas-Laufschuhe angezogen, erstmal ein 12er Advance hingelegt und noch ein 10er Charge in seine Support-Weapons auf seiner Bordseite, also die ist wirklich einmal geradeaus und hat dann erstmal zwei Support-Weapons zerschlagen, das war ganz okay und ich hatte dieses Bring-It-Down und dann hat er mich mit all seinen Support-Weapons, die noch am Start waren, gechargt und Käthe war mit fünf Support-Weapons oder vier im Nahkampf und dann hat, sie hatte vier Leben. Ja, aber Leute, hättet ihr mal sehen müssen, also da wurde alles reingehauen, Miracle-Dice hier, Minus-Eins hat sie ja so hittet. Ja. Boah, super Wahnsinn, ne? Es war wirklich, sie ist nicht down gegangen, dann durfte ich zurückschlagen, hab eine Support-Weapon kaputt gemacht, dann war ich dran, wieder in der Nahkampfphase, noch eine Support-Weapon kaputt gemacht und dann habe ich einfach über lange Zeit dann die Raves hier auslaufen lassen. Ich wusste, ich musste einfach kiten, die dürfen jetzt nicht zu mir kommen konnte mich mit meinem Zephyrim, konnte ich ihm den Marker klauen, mich dann hinter eine Ruine aus dem Nahkampf rausziehen und er kam dann mit dem Raves hier nicht mehr dran, weil die Ruine so groß war, selbst mit Movement nicht und konnte dann zwei 15er-Runden scoren, ich glaube, oder vielleicht eine 15er am Ende und ich glaube, ich habe dann 90 Punkte machen können. Das war sehr, sehr wichtig und am Ende geschwitzt wie Bolle. Kelon, ein saugeiler Gegner, wirklich. Hut ab, der studiert die, der ist so in der Phase, wie Adrian gerade, er probiert, das Beste auszuprobieren und er probiert, jede Woche kommt er in diesen Eldari-Chat, wo wirklich da rollen die Westernbälle rum, da passiert nichts in dem Channel, aber er postet die Listen hier, ich habe eine neue Idee, was haltet ihr hier von, das Drop und das hinzufügen, der ist richtig aktiv, Hut ab davor, der hält die Eldari, Pure Eldari, muss man sagen, Fahne hoch, vollsten Respekt und dann kam das nächste Match, will ich auch gar nicht so lange machen. Alles gut, ich wollte dazu nur noch mal sagen, kurz einhaken, also das habe ich tatsächlich auch relativ viel mitgeschaut, auch bis spät noch rein, bis 1 Uhr oder was das da war, also es war schon beeindruckend jetzt, nicht nur, weil du hier mein Teammate bist, sondern also da war ich echt, da hatte ich echt gedacht, also wenn ihr das mal gesehen hättet, das sah schon sehr, sehr beeindruckend aus, wie er mit so wenig Sisters, also es war echt immer nur noch mal so ein Minitruf da und dann so irgendwie eine Repentia da, dann hat er eine Repentia da, dann irgendwie Catherine läuft los, muss das da irgendwie alleine klären, dann kommt irgendwie Sephirim da auf den Marker und so, also wirklich mit ganz wenig Zeug, aber weil die halt so planbar sind, das muss man aber auch alles richtig einsetzen und so mit den Charges, war es echt krass zu sehen, was man mit Sisters, nur über Punkte noch, nicht irgendwie Zerstörung da noch raus holt, also das war schon echt krass anzusehen und das glaube ich, obwohl du noch mal, ich glaube ich hätte das mit der Woche, die du hattest und auch mit der Stimmung, die du hattest, hätte ich dieses Spiel nicht bestritten, weil man da ja auch eine Verantwortung dem Gegner gegenüber hat und dabei haben wir auch alle drüber gesprochen und so und wie gesagt, Caelan hat das super, alles auch genommen. Ja, auf jeden Fall, ja. War das insgesamt von daher nochmal beeindruckend, deswegen frage ich mich oder freue ich mich, wenn du weiterhin im Rennen bleibst und wir dich mal in voller Topform sehen, ohne Stress, ohne Krankheit, ohne irgendwelche Geburtstage und hast du nicht gesehen, weil dann wird es echt mal interessant zu sehen. Genau, das Spiel ging ja bis in die Nacht und meine Frau hatte Geburtstag. Sie hatte quasi um 0 Uhr dann, aber das war mit ihr abgesprochen, ich soll sie nicht wecken, das ist okay, wir haben ein kleines Baby und dann am nächsten Tag schön gefeiert und am Tag darauf hatte ich dann Geburtstag und sie hat mir einen Kuchen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut mal bei unseren Posts, da habe ich den Kuchen, einen Kings of the Hill Kuchen gebacken, ey, ich bin aus allen Wolken gefallen, der war so geil. Wir haben auch alle von Frauen gezeigt, alle wurden sauer. Wie kann sie das machen? Jetzt hat sie die Messlatte so hochgeladen. Ja, Game on. Game on, wäre sie die beste Supporterin, genau. Ne, das, also Shoutout an meine Frau, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und dann ging es auch schon direkt drauf gegen den Marius M. Marius B. Ah stimmt, Marius B. mit Ed Mac. Wow, das war das entspannteste Spiel, was ich hatte, komplett, während der kompletten Warp Hammer. Der wusste ganz genau, was er macht, der war, der war nicht nervös, anders als ich, weil ich dachte so, boah, die Kasselland Robots, ey, die machen da sind die Bolter von den Thousand Suns ein Scheiß dagegen, also jeder von denen robbt da 18 Schuss raus, macht Mortal Wounds auf Sechsen, da ist dies, jenes. Boah, ähm, das war richtig, richtig hart und er hat einen einzigen Fehler gemacht und, äh, das hat ihn leider das Spiel gekostet und das war das Outscreenen. Dazu bringen wir auch nochmal demnächst, in den nächsten Wochen ein Taktik-Video, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, das Spiel als solches, äh, er hat, ähm, ja, ich hab ihm so einen Marker angeboten, immer mit fünf Sisters, dass da seine, äh, indirekt schießende Artillerie draufschießt, das war mir bewusst, ich werd keinen Marker durchgehend halten können, weil er den immer freiräumt oder ich muss so viel investieren, dass, ja, ich am Ende am, an Bord überhaupt nicht teilnehme, das heißt, ich, ich hatte geplant, äh, zwei Runden nur fünf Punkte zu sammeln und das kam dann auch so, dafür hab ich die andere Bordseite dann dominieren können, ähm, äh, er hat, äh, auch, äh, sehr, sehr frustriert auf meine Retributor geschossen und dann gemerkt, okay, sterben immer so drei oder so und es bleiben zwei Multimelder stehen oder zwei Heavy Bolter und denkt sich dann, ja gut, auf die Heavy Bolter brauch ich jetzt nicht mehr schießen oder vielleicht hat's nicht gereicht, ein bisschen ein Line of Sight ihm genommen und dann kamen die kleinen Hospitaler wieder mit ihrem Kleidchen angerobbt, zieht so hoch und, äh, haut so einen neuen Multimelder auf die Platte. Ja, das fuckt ab. Das ist, also wir gewinnen so, also in jedem Spiel, in wirklich absolut jedem Spiel hat die Hospitalerin mindestens vier Heals durchgebracht und wenn man sich überlegt, das sind jedes Mal 34 Punkte, äh, 14 plus 20 Multimelder, genau, 34 Punkte und das mal vier, also 120 Punkte robbt die jedes Mal auf den Tisch. Viel schlimmer ist die Rechnung, die ich gar nicht anstellen wollen möchte, wenn du das jetzt mal so gehst, sie heilt in Runde zwei einen Multimelder, der schießt vier weitere Runden, also acht Schuss, sie heilt in Runde drei einen Multimelder, sind wir schon bei 14 Schuss, 18, sie heilt 20 Schuss Multimelder hoch. Ja, das ist eigentlich echt verrückt, ja, und, ähm, auch da wieder hat's mir einfach, also ich hab gar nicht irgendwie 16 Multimelder, sondern ich hab wesentlich mehr, das ist das Cool, ich muss nur aufpassen, dass die nie ausgelöscht werden und beim Outscreen ist dann folgendes passiert, ein Retributor-Trupp ist über die Seite reingekommen, über die rechte Seite, wir haben so lange Kante gespielt und ein Repentier-Trupp über die linke Seite, linke Seite hat sich einfach so ein Panzer gesnackt und komplett aufgegessen, sich auf den Marker draufgestellt, das Banner abgerissen, einen Haufen gelegt und auf der anderen Seite haben die Multimelder halt richtig mal, äh, von Sparflamme auf Full-Mode gegangen, ich hab, äh, die Superieur mit Plasma selber getötet, Miracle-Dice 1 gelegt, der Trupp trifft auf die 2, ähm, die, hab das Stradar-Gem 2 CP angemacht für Extended-Range, damit auch alle schön in 18 Zoll sind, damit ich 3 Flat plus W6 Schaden mache und die Kastellans haben sich halt eingegraben, das heißt, die haben dann nur einen Fünfer-Retter, äh, Protokolle geändert, äh, per Stradar-Gem, das kann er nur einem am Spiel machen und dann gehen die vom 4er auf den Fünfer-Retter und dann haben die Multimelder die einfach zerschossen, also ein Trupp, das, das macht ja auch, ähm, in der Rechnung überhaupt kein Problem, mein Morty-Fall war auch, äh? Wiederholen, auf die 2, nein, wiederholen, auf die 2, ja, ich hab Junif leider nicht in die Nähe gekriegt, also die haben wirklich nur auf die 2 getroffen, aber bei 12 Schuss, genau, bei 12 Schuss sind es immer noch 10 Treffer, äh, äh, 6 gewundet und, ähm, ja, ich hab auch alle 6 gebraucht, weil ich hab 2x meine 1 gewürfelt beim Damage, hab dann 1 gererollt und den letzten wollte ich gar nicht erst würfeln, hab ich dann Miracle-Dice 6 gelegt für Flat 9 Schaden, Shoutout geht raus an 3x Flat 3, wenn ihr euch jetzt umbenennen wollt, also Flat 9 Schaden ist schon eine kritische Hausnummer und konnte so das Spiel auch nach Hause bringen für die Kings of the Hill natürlich voll im Team-Modus, äh, die Jungs unterstützen mich, wo sie können, ich hab Fragen zu Altmeg, ich hau einen Chris an, wir setzen uns eine Stunde hin, ganz, ganz großes Dankeschön an den, der vor seinem Weinglas gerade eingeschlafen ist, Chris. Ne, ich hör nur zu, ich will dir die Schaune stehlen. Das ist dein, das ist deine, äh, neu entdeckte Lesestimme, wir können nicht anders. Es war nur ein Test, es war nur ein Test, genau, und somit bin ich 2-0 in der Upper Players, bin aktuell Rang 6 oder 8, eins von beiden. Ja, T, achso, sie meint dich, okay. Schatz. Genau, und mein dritter Gegner und möglicherweise die Möglichkeit, in die Finals einzuziehen, ist ein Tyraniden-Spieler, Chris K. Kinne, Kinne. Man muss nur an dieser Stelle sagen, Leute, nochmal zum Format, also dadurch, dass sobald man jetzt in den Upper Playoffs einmal verloren hat, ist man nicht raus, man hat noch weiter Spiele, aber man kann nicht mehr schaffen, quasi in die K.O.-Runde zu kommen. Solange man jetzt in den drei Spielen immer siegreich bleibt, kommt man dann ins Viertelfinale und dann gibt es halt wirklich auch K.O. Ab da beginnt dann auch, dass man dann rausgeht, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und fertig aus, ne? Genau, fertig aus Mickey Mouse. Ich muss jetzt gegen Tyraniden ran. Die Liste ist so beknackt. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur noch heulen soll oder mir denke, hm, okay, mal gucken. Also der hat, das muss ich einfach erzählen, ja, der hat ein Forge World Modell, das kostet 700 Punkte und nennt sich Harry dann. Der Harry ist Lord of War, der hat zwei Dire Bio-Kanonen, das sind acht Schuss, Stärke 10, minus drei, Flat 3 Schaden, sprich, auf die drei trifft. Kronos wird er leider nicht, gut, also Gott sei Dank wird er nicht Kronos, weil er Lord of War ist. Schießt auf 48 Zoll, das ist schon, das ist schon Brett. Hat Tafnis acht, 34 Lebenspunkte, kein Retter, ja, okay, kann man ja einfach wegmeldern, ne? Ja, nix ist, weil, also erstmal auf 48 Zoll, das heißt, er kann einen schönen Platz zwischen uns lassen und zum anderen hat er so einen Maliceptor dabei. Der Maliceptor in Stellagems muss am Anfang des Turns machen, da werde ich auch darauf achten, dass das auch zu keinem anderen Zeitpunkt gezündet wird, das ist die einzige Chance, die ich habe, dass Beschusswaffen gegen alle Einheiten innerhalb von 6 Zoll von Maliceptor minus eins Stärke bekommen. Und das ist total bitter, weil meine Multimeldarmstärke 8, die dann zu 7 werden gegen Tafnis 8, wunde ich nur noch auf die 5. Er ist von sich aus minus 1 to hit, weil er ein Flyer ist, hard to hit. Das heißt, ich treffe nur auf die 4, wunde nur auf die 5, 34 Leben. Und wenn er auch noch eine Psychphase vorher hatte, dann hat er auch noch einen 5er Feel No Pain. Okay. Wenn das das einzige Problem wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, hoch die Ärmel, auf geht's, dann hat er noch zweimal 9 Tyranidenkrieger und einmal 5 Tyranidenkrieger, 6 Hiveguards, die liebe ich ja total, indirekt schießen für Lau und Maliceptor hatte ich gesagt und zweimal Sky Slasher Swarms, da war ich im Wort-Trainingscamp beim Micha, hab den Namen oft genug gelernt. Und im Heavy Support noch 2 Bio Warn, da hofft er, dass er nicht trifft, damit er Minen verteilt und eine Exocrine, die halt auch sauer schießen kann mit ihrem 12 Schuss, wenn sich nicht bewegt. Brachialer Beschuss. Ich bin ja jetzt quasi dabei, mir einen Gameplan zu überlegen. Der Zweischneid und der Wolf von Mibu oder wie manche sagen, Wolf von Malibu hat sich da auch noch mal bereit erklärt, mir ein bisschen zu helfen, unter die Arme zu greifen, auf was ich denn achten soll. Und ja, wir werden schauen. Das Game wird leider gestreamt, Freitag, auf dem Breaking Heads Kanal. Gebt einfach mal bei YouTube Breaking Heads ein, da kommt es am Freitag um, also ich glaube 20 Uhr ist das, oder spätestens 21 Uhr, aber ich glaube 20 Uhr. Genau, weil auf Facebook wurde abgestimmt, welches Game der Finalrunden soll gestreamt werden und warum auch immer haben die Leute für mich gestimmt und dann muss ich ja, muss ich gegen den ran. Dann muss ich halt noch mal extra irgendwie performen. Ich glaube, ich mache mir da sehr viel Druck gerade auch, weil jeder kommt da an so, ja geil, hast du ja ganz viele Melder, schießt du da einfach weg. Ja, nee. Aber diesmal hast du ja auch genügend Zeit. Die Tyranier denkt sich auch, wo soll der Schaden herkommen? Ist kein Problem. Ja, das Verrückte ist, alle, alle, die dann so gesagt haben, ja gut, der Maliceptor, das ist ja nur eine 6 Zoll Aura, sobald der mal rausgeflogen ist, dann, äh, dann profitiert er davon nicht mehr. Ja, blöd ist so, der Harry da kann hovern. Der geht in seiner Deployment Zone erstmal so, so hoch wie eine Bildzeitung von der Bodenplatte weg ähm, und dann sitzt er da und schießt seine 16 Schuss Laser mal zwei. Also völlig, völlig drüber. Muss ich wirklich gucken, äh, wie viel ich in Reserve packen werde von den Meltern. Ich darf das Board nicht verlieren, weil auch diese Krieger alle vier leben. Da kann ich nicht einfach mal mit Boltern drauf schießen, da passiert nicht viel. Drei? Krieger? Tyranidenkrieger? Ach, ich dachte vier, okay, dann drei. Ja, ist ja easy dann, ne? Leben, mach weg, vierer, vierer Hose. Schieß ich einfach mit Boltern drauf, passiert nichts. Ja, genau, das ist so die Ausrichtung bei mir, also wenn ich das schaffe, Punkte technisch, ähm, brauche ich da, glaube ich, in Anführungszeichen nur, äh, so 70, 80 Punkte machen, sollte ich das Spiel gewinnen und wäre dann in den Finalrunden. Also ich bin sehr aufgeregt, muss ich, muss ich an der Stelle auch mal sagen, soweit zu kommen, bin aktuell 5-0. Das ist für, für meine, für Turnierverhältnisse und Erfahrungen wirklich schon mal was anderes. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was da jetzt so passiert. das ist doch geil, das ist doch geil, das ist doch deine Chance, deine, äh, äh, erfahrenheit, so auch mal auf dem Papier, ne, so ein bisschen auch, äh, äh, ja, anfangen, diese Geschichte zu schreiben. Genau. Ja, nur, äh, bestrittene Turniere mit, ja, erster im besten Falle, aber mit guten Platzierungen, ähm, Hilfen ein. Ja, es sind doch irgendwo schon einfach auch cool zu haben, so ein bisschen auch als Anerkennung, ihr kennt das ja, Leute, ne? Auf jeden Fall. Klar geht es am meisten für Spaß, man will besserer Spieler werden und nur weil man nicht hochplatziert, heißt nicht, dass man kein guter Spieler ist, aber wenn man das halt relativ konstant schafft, äh, kann das irgendwann auch nicht nur Glück sein und von daher ist das auch für einige ein guter Ansporn, die eingepackte Zeit dafür, äh, äh, so auch als Belohnung zu bekommen. Außerdem, äh, um noch ein bisschen mehr Druck aufzubauen, musst du ja quasi, ähm, um mich nicht lügen zu strafen quasi, weil ich hab den Harry dann als kompetitiv tot erklärt mit 700 Punkten. Oh mein Gott. Echt? Oh nein. Und, äh, in dem letzten Deepthal, oh nein. Genau, weil man einfach noch diese anderen Ressourcen wie den, äh, ähm, Maliceptor, genau, Maliceptor, ähm, nochmal 170 Punkte da dran anbindet, dann kostet er 870 Punkte, dann investiert man die, äh, den 5er Retter, schmeißt noch mehr Ressourcen drauf. Äh, wieso Retter? Äh, über die adaptive Biologie. Ja, also, aber die hat er nicht. Aber die hat er nicht mal. Nee, die hat er nicht, hab ich schon gesehen in der Liste. Und wenn er sie jetzt doch hat, da sag ich, äh, äh, ist nicht. Also, die muss ja eingetragen sein, ähm, dass das, was du für CP vorm Spiel kaufst, ne? Genau. Wie ein Ballard Trade quasi, genau, und das ist nicht auf der Liste drauf. Das heißt, er hat keinen Retter, der hat nur den 4-Nopeen. Dann ist das quasi ein Listenfehler, ne? Also, in deinen Augen bestimmt auch so. Wenn man dann halt schon mal die 870 Punkte, dann hätte ich auf den Retter genommen, ja. Dann nimmst du noch einen CP und gibst ihm wenigstens Retter. Ähm, ich finde den Moveblock, also ich hab die Liste ja auch gerade offen vor mir, ich finde den Moveblock halt mit den Sky Slasher Swarms, so hatte ich es ja auch angesprochen, die Bio-Warn als Moveblock super gut, finde ich cool. Ich glaube, man kann sich halt schnell darauf versteifen, ach fuck, da steht dieses Viech, was einfach so groß ist wie die halbe Platte, ich muss da investieren. Ja, ich hab auch mit dem Rave-Seer gespielt. Da hast du ja mit dem Rave-Seer gelernt. Ja, ich sollte das vielleicht auch ignorieren, ihm alle Krieger einfach wegnehmen, weil da hab ich die perfekten Einheiten für. Also, drei Damage ist ja nichts, die melde ich ja im Schlaf weg und schick mal einen Trupp Repentia vorbei. Und das Ding ist, der ist halt so groß, aber er schießt halt nur auf ein, vielleicht auch auf zwei Targets. Und genau, ja. Und das ist halt genau der Punkt. Ich hadere innerlich mit mir, will ich ihn töten oder nicht, ne? Das muss ich noch ausklamüsern wahrscheinlich, für mich selber. Ich würde Nein sagen. Okay, ihr habt's jetzt alle live gehört, ich werde ihn nicht töten, der rasiert meine komplette Armee und ich schieb's auf mich, ja. Ja, kannst du machen. Aber dann gebührt der Win auch mir. Ah, verdammt. Ja, die Exocrine ist halt genauso nervig, ne? Also, die Wund ist halt genauso nur auf 5, und das ist halt die Scheiße. Ja, bei der Exocrine ist das aber okay, weil die Exocrine, die, ja, ob die jetzt drei, vier oder neun Schaden macht, ist mir egal. Ähm, ich hoffe ein bisschen auf Gelände, weil ja schon alleine ein Wald beschützt mich schon mal mega vor den Hiveguards, damit die keinen Symbiostorm bekommen können. Dann muss Symbiostorm sowieso auf die, ähm, Exocrine, auf die Exocrine, genau, oder auf den Haridarn. Der könnte ja auch Symbiostorm kommen. Genau, warum sagt Lim das jetzt? Weil, ja, Symbiostorm, dieser Zauber, das 6 explodieren, ist nicht auf unmodifizierte Sechsen, sondern auf modifizierte Sechsen. Genau, das ist noch so ein Uralt-Kodex, ähm, das heißt so, wenn ich da, äh, Minus 1 gebe, dann wird daraus eine 7 und eine 7 kann er nicht erwürfeln, die er bräuchte, ja. Also mit, aber gut. mit deiner Abgeklärtheit, ähm, nein, ich sag das gar nicht. Wenn ich jetzt sage, ich seh dich klar vorne, dann hat sich das Thema erledigt. Jeder, jeder hat das. Vor allem der Icarus hier. Icarus, wenn du bis hierhin zugehört hast, du bist doof. Der hab ich gestern so hart aufgezogen. Ah, der war so easy, wenn du so meldst, also ich hätte die Liste, super gerne gespielt. Ich hab hier meine 12 Cyborgs mit dem Multimelter und da geh ich schrinnen. Blood Angels, lieg ich vorne, 1000 Suns, keine Ahnung, wo der Schaden herkommt. Also ich lehne mich da echt nicht aus dem Fenster. Ich lehne mich für dich aus dem Fenster. Das ist okay. Wir wissen ja, dass du das jetzt vor der Brust hast und, ähm, wir drücken dir einfach die Daumen und du hast vom Team natürlich den vollsten Support. Du bist natürlich der letzte Murikaner. Wäre cool, wenn du es schaffst. Wenn nicht, auch kein Beinbruch. Wir haben, glaube ich, als Team und auch als Channel, der sich kompetitiv ausrichtet, denke ich mal, gezeigt, was wir können. Auf jeden Fall. Und dass wir kein Follows sind und von daher, denke ich mal, da schon richtig cool. Erstmal Hut ab. Micha, du hörst mich ja noch, ne? Ich höre dich. Genau, du hast ja auch noch ein drittes Spiel. Willst du das diese Woche schaffen? Ja, voraussichtlich am Mittwoch. Ähm, okay. Wahrscheinlich so ab, äh, ab 16. Uhr um den Dreh. Ist, steht im Moment im Raum. Mhm. Gegen wen geht's denn? Ähm, gegen die Hardikine. Ich hab den, äh, Patrick Prax, glaube ich. Kommt das hin? Lass mich kurz drüber schauen. Äh, genau. Patrick Prax mit Hardikine. Ah, cool. Also, Leute, der Grund, warum wir auch sagen, ne? Ähm, kriegst du das noch hin und hier und da? Wir versuchen das alles immer unter den Hut zu bekommen. Aber wir stellen halt einfach auch fest, dass so ein Turnier normalerweise, wenn das ja auch über zwei Tage geht, kennt man das ja an der Platte, zwei Tage intensiv, Sub-Setup, dann geht das auch Spiel auf Spiel. Und dann ist man danach quasi auch wieder frei und macht sich Gedanken über die Listen, über nächste Turniere, was auch immer. Hier merken wir jetzt halt schon über einen längeren Zeitraum jetzt hier, irgendwie fünf, sechs Wochen, dass das schon so auf die Zeit geht. Dass sich das ein bisschen in die Länge auch zieht. Und wenn jetzt auch natürlich mal eine Kombination hat, dass mal der Spannungspunkt für ein bisschen rausgeht, weil man nicht mehr in die allerletzten drei kommen kann oder so. Dann kommt noch ein Job irgendwie dazu. Dann will man vielleicht auch noch Content bringen, weil das auch gerade extrem viel Spaß macht. Ja, genau. Deswegen macht man da so ein bisschen Abstriche, aber die meisten von uns werden jetzt, denke ich mal, ich denke mal, mindestens drei von uns werden jetzt die Spiele diese Woche noch voll machen. Genau. Und dann sind wir quasi, haben wir unseren Teil auch so getan und können uns da wieder anderen Dingen widmen. Genau, du spielst gegen Harlequine. Michael, traust du dich dir noch eine Vorhersage zu machen oder? Ja, die Harlequine rasieren mich richtig weg. Okay, ich weiß, ich weiß auch, ob du das sagst. Okay, alles klar. Gut, dann schließe ich nochmal ab hier. Ich spiele tatsächlich gegen, ich glaube, auch gegen einen der TOs. Das ist der Joscha Salz PvP. Yes. Der spielt Custodes. Genau. Mit Science. Genau. Sie spielt Custodes mit Science. Das bringt es auf den Punkt. Also Custodes kenne ich ja ein bisschen. Science braucht man nicht viel zu sagen. Da hat er tatsächlich einen Prime drin. Zweimal Seons und zweimal Savitorn. Das sieht sehr, sehr nach, ich sag mal schnell, Scrambler sieht das aus. Nach Sturzender-Degen. Und dann spielt er klassisch die Shadow Keepers. Kallidus dabei, das ist ein bisschen nervig. Den Käpt'n Trajan an Chobis. Ne, Trajan, was los ist, habe ich ja gelernt. Genau. Einmal Custodian Guard mit Schildern. Das finde ich okay, dass es nur ein Trupp ist. Dann hat er die Custodes Alarus dabei. Mit fünf Leuten, glaube ich. Ja. Dann die Fahne zum Schocken. Und dann hat er Venatari dabei, eine meiner Lieblingseinheiten. Ich finde die einfach cool. Ich glaube eins, zwei, drei, fünf Stück mit den Kinetik-Pistolen. Und einmal vier Bikes mit den Meltern drauf. Ja. Ist auf jeden Fall einiges an Zeug, auch an Objekt gesichert. Habe ich aber auch. Und wir spielen eine Mission, wo wir uns dann, also wir spielen Ring der Lust. Das ist Sweep and Clear, glaube ich, im Englischen. Und da ist die Chance hoch, dass man sich in der Mitte trifft. Ich bin gespannt auf das Game. Ich habe ihn bisher als sehr sympathischen und netten, ruhigen Genossen kennengelernt. Und ja, ich hoffe, dass wir das diese Woche runter, unter die, unterbekommen. Wenn ich jetzt diese Prognose abgeben muss, gehe ich jetzt auf 50-50. Das ist natürlich diplomatisch sehr schlau. Und ja, bin gespannt, wie es da sich ausgeht. Werde man natürlich auch einen kleinen Plan machen, hoffentlich noch irgendwie in der Badewanne oder so. Und ja, das vielleicht nochmal zu meinem Ausblick. Da werden wir euch dann beim nächsten Mal so ein Zwischen- oder Endfazit von beiden Playoffs geben. Gut, Leute, ihr habt gehört, leider haben wir ein kleines technisches Malheur. Deswegen will ich das auch nicht mehr so jetzt in die Länge ziehen. Wir sagen ein allerletztes Mal, diesen Samstag werden wir streamen. Das wird richtig saftig, Leute. Das wird richtig viel Inhalt sein. Also da werden wir durch einige Sachen durchgehen. Es gibt einige richtig coole Sachen zu berichten. Es wird sich einiges im positiven Sinne ändern und so. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. Das wird auch bestimmt so anderthalb, zwei Stunden gehen. Und da könnt ihr eine Menge daraus mitnehmen. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr da zahlreich erscheint, Fragen stellt, Feedback gebt und so weiter und so folgt und diesen Moment wird uns teilt. Bringt euch Snacks mit, Getränke, Essen mit, Getränke eher weniger, weil wenn ihr auf Toilette geht, verpasst ihr schon super viel. Oder ihr habt Wireless-Kopfhörer. Genau. Lim, wolltest du uns noch was anderes sagen? Nee, ich wollte nur diese Handmeldung. Ich wusste, dass ich das aus dem Konzept sehe. Ich sehe das auch ernst, wenn das steht, weil man kann sich in diesem Programm quasi so melden. Dann klingt das hier bei mir. Genau, und dann muss ich sagen, okay, der ist jetzt dran und so. Okay, der will irgendwas sagen wieder. Nichtsdestotrotz, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit uns im Start seid. Erstmal alle da draußen, vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Wir geben alles, um Mehrwert zu stiften und das werdet ihr auch, glaube ich, bald sehen. Ich sage erstmal, Major, vielen, vielen Dank, dass du noch dabei warst. Vielen, vielen Dank. Lim, geil, dass du dabei warst. Auf jeden Fall. Jungs da draußen und Mädels, habt eine schöne Woche noch. Und Micha, mein Lieber, auch wieder cool, dass du dabei warst. Ja, geil, dass du uns durch den Abend geführt hast. Und dein imaginärer Freund hat natürlich auch gesprochen, das haben wir alle gehört. Den wir beide nicht hören. Der winkt jetzt hier auch die ganze Zeit. Deswegen, Leute da draußen, bleibt safe, gehabt euch wohl. Wir sind für heute raus und deswegen sagen wir Tschüss, damit es geht. Tschüss. Wir sind in einer Form wie ein Pferd oder Legionär bleiben stabil wie Christodos mit Speer und Schwert unser Profil, unser Ziel ist die 1, komm her. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.